wir gucken einfach mal rein und schauen mal was das level kann hot guy cold lady easy plate free first time okay er sagte sich selber dass er das level beim ersten versuch selber freigeschaltet eine minute vier ist der welt rekord 21 prozent abschlussrate die leute geiern ja mittlerweile auch immer früher auf den welt rekord wir schauen also wir haben super mario world muss ich münzen sammeln hier kommt man nicht hoch oder ich gucke mal ob es hier versteckten eingang gibt irgendwie okay man kommt offensichtlich nicht da hoch und muss wohl hier also steigende lava da hat mich aber dieses eine ding hat mich da jetzt aber ziemlich verwirrt also wenn du hier reingehst warte man braucht den nicht man braucht den auf jeden fall nicht also ich so schnell wie der fährt oder oder man kann ihn trotzdem nehmen wir machen ja okay okay das funktioniert auf jeden fall nicht das ist ein troll ja das habe ich mir schon ja aber nicht spoilern jetzt livestream ja alter okay nicht spoilern ich will natürlich selber das level versuchen und da auch ein bisschen was ausprobieren ja also wenn ich wenn 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 wir das level irgendwie gemacht haben und er will ja erstmal den den weg überhaupt hier raus weil wenn er nämlich eine minute ja aber ich merke das halt immer es gibt dann das habe ich halt auch beim letzten mal bei den letzten zwei mario maker streams habe ich mir das gedacht alter ernsthaft weil da muss man doch selbst kurz warten oder alter man muss auf jeden fall entweder direkt spin drücken oder ein kurzes päuschen machen da in einem mal durch das ist das ist eine ansage jetzt mal jetzt mal hier langsam mit mit bisschen konzentration ja alter was hat er denn da für ein level gebaut was ist das denn boah bruder alter brammi was ist denn das für ein level man er ist aber auch wirklich so asozial gewesen und hat nachdem man diesen schalter aktivierten sprung genommen den du aber auch nur so gerade schaffst wenn du dich mit der mir der eichel vorne festhält an der kante boah wieder nicht aber nicht ja ich weiß man kann sich retten aber ich habe mich nicht drauf das ist aber auch echt so ein sprung man sagt 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 so jetzt aber ja man oder man das ist aber auch echt nicht einfach du musst aber auch wirklich genau da abspringen so aber mal was ist das denn von den steinblöcken komme ich nicht direkt hoch jetzt aber schnell das ist so schwer wisst ihr was das schlimmste an dem scheiß level ist das super mario world das einfach das mario ist wo der typ einfach so die border in den schuhen hat es ist so die es ist einfach nicht so schwammige steuerung doch 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 wir schaffen das dass wir das level schaffen das steht außer frage ich mag den ninja das wird auf jeden fall nicht langweilig das sage ich euch nein ich habe da so probleme mit das ist tatsächlich auch mit ein bisschen bisschen Mario wirft einfach diesen scheiß panzer nach oben wisst ihr was das ding ist ich drücke mit meinem controller ja ich drücke mit dem controller nach oben ja und er wirft ihn trotzdem nach vorne panzer werfen ist mein nemesis an dieser stelle so mario du nimmst jetzt diesen panzer und schmeißt sie nach oben boah das level ist aber auch echt hart man ja baue noch ne flamme ein bram safe man da sind wir mal ganz schön ganz schön nice durchgekommen live stream das war aber schon also da geht auf jeden fall respekt und grüße gehen auf jeden fall jetzt schon an bram raus das level ist nice also ernsthaft das ist das ist eigentlich ist es genau nach meinem geschmack es ist es ist nicht nicht so ein asoziales kaizo mario bla p-jump scheiß kram sondern es ist einfach ein sehr sehr knackiges level mit sprüngen die die echt gut getimt werden wollen aber es ist nicht unfair lustig ich mache das jetzt einfach mit diesem blöden cooper da unten ist mir egal wir machen das jetzt es ist alles es ist es ist immer noch ich bin immer noch voll am start ja aber er hätte wenigstens eine fahne setzen können hat die fahne gelöscht weil zu einfach wäre das tut halt weh das tut weh das ist so ob wir die dummheit einfach nur tröstet euch wasser weh getan auf ein neues jetzt machen wir das ganz easy wir sorgen dafür dass wir nicht zu viele von den dingern haben das hier ist eine miese stelle wir sind jetzt bei 50 sekunden ich drücke wirklich nach oben ich drücke den stick nach oben oben ich bin ich bin also da also ja ja ich gehe ja freunde ich offenbare mich hier ich bin für diese komischen sprünge einfach zu blöd ja ich habe kein gefühl dafür man aber ich finde schön dass ich finde schön dass ihr so eine engels geduld mit mir habt dass ihr euch denkt ja du ich meine ihr habt jetzt den part auch schon irgendwie das 300 mal gesehen aber es ist in ordnung es ist jetzt erst mal ganz schnell okay passen wir machen jetzt auf safe ja schwung schwung zack jetzt hier hin und schwung jawollo 1 2 3 4 5 nee das war dumm oder das war dumm das mit dem länger warten das hätte ich mir jetzt aber auch was heißt das wäre jetzt auch mein nächster gedanke gewesen dass ich vielleicht eine stufe also eine welle an kugel willis vielleicht vorfliegen lassen muss nein mit schwingen freunde das war dumm oder ja ich habe mal angst dass die die spawnen nein nicht beenden auch mario ich drück die scheiß da macht mich das macht mich fertig waterboarding ist bullshit also du musst einfach jeden nur diese zwingen dieses level zu spielen und der verrennt euch freiwillig alles was ihr hören wollte ich sag's euch auch man was ist okay gut also concentration ja da seht ihr die despawn du musst warten mindestens 10 sekunden warten bullshit ich mach auf safe ja ich mach auf safe ja ich mach auf safe ich lass ein pattern kommen vielleicht sind die nachbarn oben ich sag's euch Wo ist meine Mütze hin? Das Spiel habe ich schon lange nicht mehr so gefordert, also ernsthaft. Ich meine Mütze hin?